Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shakes and Fidget. Und wir starten wieder rein. Und ich höre gar keinen Ton. Das ist so leise heute. Ah, das dürfte doch ein bisschen besser sein. Ja, so wunderbar. Gut, dann beginnen wir mal von unten. Erstmal die Sachen einsammeln. Das haben wir ja gerade eingesammelt. Dann Arena. Da müssten wir eigentlich neu starten, tatsächlich. Eigentlich müssten wir jetzt neu starten. Machen wir es? Ja, eigentlich schon, ne? Die 500 habe ich dann drin. Starten. Nein! Oh, Mathe. Mathe ist heute nicht meins. Sorry, Mathe ist echt... Oh. Eben, schon wieder sammeln. Wunderbar. Verbesserung. Hexe. Äh, da... Ich bin über die Ansicht noch nicht ganz so happy. Äh, ja. Das war's. Verzauberung dürfte eigentlich nichts sein. Überall sind die Sterne dran. Diese Präfse nutze ich nicht. Ein kurzer Dreh? Wie machst du das? Tut niemandem weh. Das ist doch ein schöner Dreh gewesen. Oh, hä. Oh, hä. Ja. Aufgabe erledigt. Aufgabe erledigt. Wunderbar. Was haben wir noch hier? Waffenladen kaufen. Drei Items. Äh, ne, dafür nicht. So, Händler. Was suchst du? Heute habe ich tatsächlich hier einen solchen Trank bekommen. Ich habe nämlich tatsächlich schon ein bisschen angefangen zu spielen. Ähm, ähm, geistiger Abwesenheit. Ich habe es vergessen. Was brauchst du? Und heute ist ja Montag. Also, ich muss ja hier kämpfen und so. Ja, und aufnehmen. Und, äh, ja. So, deswegen direkt mal verloren. Füttern wollte ich eigentlich sagen. Aber direkt mal wieder verloren. Ähm, hier bin ich leider auch nirgendwo weitergekommen. Überhaupt nicht weiterkommen. Gar nicht. Den könnten wir schaffen. Ah. Ein bisschen XP gekriegt. Sehr schön. Gut. Toilette habe ich auch schon in den Trank reingeworfen. Wie gesagt, ich war geistig noch nicht anwesend heute Morgen. Und habe einfach mal reingekloppt. Und dachte, das wäre eine gute Idee. Aha. Das ist immer so die Wochenausbeute, die ich jetzt hier so reinstecke. Weil, manche kennen das ja. Ähm. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Eja. So, einmal. Splitter sind immer gut. Bitte Splitter. Schade. Ja, du sagst es. Komischer Typ. Du sagst es. Und frössig jedes Mal, dass ich nicht gewinne. Glückwunsch. Ach, Stein. Wer braucht Stein denn? Glückwunsch. Ja, komm. Nächstes. Splitter. Ein Splitter. Bitte, 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 bitte. Oh, schade. Ich drücke, warum auch immer, die ganze Zeit meine Daumen. Um... Ja gut, vier Stück ist schon geil. Aber Glück bringt es nicht. Also, ich hab's jetzt lang genug in diesem Spiel ausgehoben. Daumen drücken und bitte sagen und... Oh, schade. Es hilft einfach nichts. Das Spiel mag mich nicht. Ha, aber glaube. Nächstes Mal klappt's bestimmt. Ja, nächstes Mal klappt's bestimmt. Das ist das nächste Mal, letzte Mal. Treibstand und zwei Stück. Oh, schade. Oh, schade. Schiebst ihr sonst wohin? Wir haben weiterhin diese Aufgabenteile. Und ich benutze mal die Hunderter diesmal. Wieso würde ich... Ja... Davon haben wir genug. Also nehmen wir das. Oh, jetzt hab ich nicht gesehen, was drin ist, ne? Na, hier ist ja... Äh... Müsste ich nicht so langsam mal meinen Gewinn kriegen? Jo, bin ich gefordert. Cool. Bei dem weiß ich immer noch nicht, was ich im Zeitraum brauche. Das ist... Bisschen ärgerlich ist das. Aber... Ich kann's leider Gottes nicht ändern. Drei... Einen Drachen oder drei Klopapier. Ich versuch's mal mit Klopapier. Eins. Mag schon Brunnen. Zwei. Schlüssel. Hä? Ich nehm Kiste. Die Kiste ist meistens immer Gold drin, halt. Da ist drei, Gott sei Dank. Ach, ein Malsch ist ein Horn. Hier wär's jetzt gewesen, toll. Ja, super. Schlüssel. Ja. So ein Ding, das kommt gar nicht mehr. Dreck um fünf Millionen. Guten Morgen. Guten Morgen. Lust, ein paar Goldstücke zu verdienen? Ja, immer. Immer Goldstücke, immer gut. Gold, immer gut. Event sagt, fertig. Ja, das ist aber schön. Täglich ist es auch soweit. Was da drin? Auch nochmal drei Millionen. Wir brauchen aber vier. Ja, das heißt, entweder den hier. Ehrenhalle. Druide in der Ehrenhalle. Und Glücksrad. Hm. Das Glücksrad können wir jetzt machen. Ehrenhalle müssen wir gucken. Äh, Moment. Klasse. Druide. Jetzt müssen wir erst mal einen Druiden finden. Äh, oder was ist das? Das ist kein Druid. Oh. Aber das blinkt. Gegen den möchte ich gerne kämpfen. Oh, ja. Aber das war kein Druide halt. Hm. Na gut, das machen wir dann ein andermal. Also, mache ich nachher später, wenn ich Zeit und, äh, fitnessmäßig da bin. Momentan wird alles für mich ziemlich anstrengend und schwierig. Gut. Aber wir haben das erst mal geschafft. Wir haben ein neues Bildchen. Und dann würde ich sagen, wir sind hier eigentlich so ziemlich überall durch, ne? Haben wir es schon wieder geschafft. Das ging ja rucki zucki. Schön. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es tut mir leid, dass es heute überhaupt nicht spannend war oder lang oder sonst irgendwie war. Ich habe einfach nur die alltäglichen Sachen gemacht. Es kann sein, dass es ab nächster Woche schon keine Videos mehr gibt. Ich weiß es nicht. Grund habe ich ja jetzt in den letzten Videos und so weiter auch schon erwähnt. Und auch schon in den Livestreams auf Twitch. Ähm, wann ich wieder zurückkomme, wann ich wieder einigermaßen vielleicht ab und zu mal ein Video raushauen kann, weiß ich noch nicht. Ich habe ein bisschen vorproduziert, was nicht Shakespeare ist, sondern so Anzug-Videos. Und ich hoffe, die sind trotzdem unterhaltsam ein bisschen. Und bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss.